Ich zeige euch jetzt ein paar einzelne Schritte auf einer Zähleinheit. Ein Stump mit vollem Gewicht drauf. Eins. Stump. Oder ein Stump-up. Da wird das Gewicht direkt wieder weggenommen. Stump-up. Stump-up. Eins. Mit dem Bein wird sofort weitergetaniert. Dann noch ein Hitch. Beim Hitch wird das Bein rechtwinklig vom Boden hoch.